sind jetzt alle da ja am motto und der herr bauer sind sie noch sie müssen sehen fahren er steht nicht hier damit die also ich denke mal nicht steht er denn der steht ab hier in nex hohe ich mal kurz fragen wo ich einen klappspaten herkriegen rucksack wieder auf den rücken packen ich habe nicht so gut was machen wir mein auto Ok, ja kriegst du, weil Max da ist. Ich kann mich hier gerade antappen, er soll dies bitte unterlassen. Deine Schulter. Was? Hab ich jetzt alles dabei? Ja, 42 Kilo, hab alles dabei. Wunderbar. Schulter. Das ist toll, dass es deine Schulter ist. Was kann ich jetzt dafür? So, wer macht heute den Chef von euch? Thomas? Ja. Diktatore. Pass auf. Ihr habt folgenden Auftrag. Steck von mir. Dürft die Stadt... Entschuldigung. Raus aus meinem persönlichen MP-Abstand. In Rheon. Lär ich mal absolvieren. Warte. Raus aus meinem persönlichen MP-Abstand. Wettstunden Drogen-Deal. Weil Leute dann auch in Waffen, die über die Bühne gehen. Ihre Aufgabe wird sein, wie gesagt, diesen Waffen-Deal, sobald er stattfindet, äh, auffliegen zu lassen, die Waffen zu beschlagnahmen und die Herren da festzusetzen. Sobald klar. Ja, aber ich hätte da mal ne Frage. Ja, bitte. Schweden hat doch mehr als eine gut ausgebildete und trainierte Anti-Terror-Einheit. Wieso machen die das nicht? Die sind leider im Urlaub. Achso. Achso. Wir sind quasi die Vertretung. Ja. Okay. Entschuldigung. Nicht am Flughafen. Ja, das tut mir leid. Ich habe mich vertan. Habe ich Kippen einen stecken? In der Stadt. In der Stadt Clemenster. Nein, ich habe keine Kippen dabei. Ist da noch ein bisschen Platz? Jawoll. Wir nehmen die Zweiten. Herr Montel? Hä? Der Ort hat mich verschoben. Ich habe mich gerade vertan. Ich habe das Kreuz verschoben. Äh. Wo gibt es den Ort Clemenster? Da müssen wir hin oder was? Da ist der Drogen-Deal. Wir müssen ja erstmal zu unserem Helix. Das ist klar. Ja, der Hedi ist für sie als Support sozusagen. User left your channel. Das ist so ne Elix. Scheiße. Kack. Kack. Flache Flecke. Können wir da, können wir da quasi mitten rein landen? Oder sollten wir uns da... User left your channel. Scheiße. Ich beleidige niemanden. Lass mich raten. Irgendwas ist kaputt gegangen. User left your channel. Na los. Wie gehts? Ha! User left your channel. Hahaha. Ja, ich bin auch noch in-game, aber ich weiß nicht... User left your channel. Ich habe Standbild. User left your channel. Ich glaube ich weiß warum. Ich habe gerade auf den Slot geklickt auf den Pio Slot. Error. Kannst du mich hören? Ja. Keine Wunder. Ja, wir hören. Tim. Sollen wir da reinfliegen oder sollen wir da nicht reinfliegen? Wir fahren besser hin. Wir fahren besser hin. Und gut, was für Fahrzeuge haben wir? To Busch oder not to Busch? Äh. Quats, quats, quats. Ich muss Busch? Ich weiß das. Wollt fragen. Ah, ihr habt Fahrzeuge. Ich suche gerade wo sie sind. Da rassieren. User joined your channel. User joined your channel. Sorry Caps. Hallo Herr Bauer. Leut Bonhoeff ist ja so eine Schneemap. Äh, nicht Schneemap. Gib mir erst mal eine Ausrüstung jetzt. Schneebett. Komm jetzt. Voll der Schnee ey. Du sieben der Schnee. Da. Ich weiß nicht mal, ob ich noch eine gemacht habe, Lars. Mach ich denn eine. Äh. So. Einmal jetzt warm. Ja, was? Ja, uns ist sowieso warm. Wir haben 10 Grad. Äh. Ja, das hat einen Bart. Ich brauche auch einen Bart. Haben wir einen Bart? Der hat einen Bart. Einmal ist verboten. Boah. Was ist verboten? Was? Ich guck dir ein bisschen die Autos an. Guck dir ein bisschen die Autos an. Geht oder? Ich bin ganz schwarz oder? Hast du hier jetzt gespeichert? Ich kriege geil für den Test. Hast du mich gespeichert? Ach klar. Äh. Ich will die noch mit Patent wegen liegen? Hier ist das. Ich glaube ich nur noch mal. Äh. Türkan OCP Combat Uniform. Ja, warte dann nehmen wir noch so eine. Aras. Die Weste. Ja. Am besten. Womsten Bart. Geil, ne? So. Aria. Mischte Gesichtsfarbe zu dunkel. Die Weste. Nicht mit der Waffe auf der Waffe. Ah. Ehh. 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 Ganz normalen Rucksack. Oder? Ja. Ja. Ja, ja. Nehm Mercedes, oder? Die Linken. Ehh. 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 Ah, ich verstehe, wie heißt das? Kasper, du kannst raussteigen. Wir können doch eigentlich ein Auto nehmen. Ich nehme mal kurz ein Magazin rum, warum? Kasper? Ich? Eins ist das? Kasper. Oh Mann, ey. Kasper? Ja? Ich nehme nur ein Auto, Kasper. Was ist das denn? Ja, mach dir noch ein Team auf. Und du gehst bitte noch auf die 1-0-2, weil du da anfänglich noch nicht willst. Was? Fahrfunkscheck. Was? Ja, ja. Geht ihr noch alle bei Jam in die Gruppe? Gut eingeladen, gut. Zum Fahrzeug. Es ist March. Ja, was? 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 Ist das hintere Auto noch alles im Hangar. Okay. 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 Jetzt mal du fährst auf welchen Bauch hier. Alle? Alle? ja wenn ihr wenn ihr euch später trennen solltet was möglicherweise passiert ihr zwei also von unserer gruppe dann geht ihr bitte gesondert also untereinander auf die 103 schaut und dann über marge du fährst hier kannst du mal ansteuern oh gott wir sehen wir werden alle sterben so sniper team ihr habt die führung wir fahren zum absatzpunkt roma lima alfa romeo sierra und los sollten wir nicht fünf sein also die anderen sitzen da drüben fuchs der root was ist der fix der root irgendwas davon ist fernlicht neptun 2 für neptun 1 kommen wir sind jetzt ebenfalls ausgerückt sie werden zuerst dort ankommen und sie bitte an diesem punkt eines sicherungen auf alles klar dann werden wir zuerst aufbauen sollten sie trotzdem wieder alle umstände zuerst ankommen bitte an dieser position eingraben und eine bestellung errichten danke ende ich möchte erwähnen ich habe ein führerschein ich möchte erwähnen auch wenn man es nicht glaubt ich habe ein führerschein ich brauche ein führerschein lassen sind hier aber auch sehr linear ja das ist schweden halt und trotzdem ist die ganze welt neidisch auf unsere autobahn ohne tempo limit ich bin neidisch auf die kroatische autobahn warum weil die einfach nur geradeaus geht ok das ist auch geil obwohl das hast du mir kaum auch na guck mal da kommt ein berg scheiß drauf gerade durch deutschen wegen jedem scheiß wuckel müssen sie ausweichen und rum und fahr zwei und drei vier eins kommt hier zwei und drei kommt hört mal jungs sie dürfte euch auch gleich mal eigentlich ständig schalten dass ich habe einen zweiten punkt markiert das ist der sportlich position vor die vor 47 47 74 entschuldigung ich habe zahlreher drinnen dort bitte hinfahren schaut ob ihr da vielleicht auch die dächer kommt und ein blick in der clemenz bekommen können zuerst dann dann bitte nur ja egal ihr seid ihr dann adi reise edition auf der 1 und 1 das passt dann schon fragen was die mission ist wir sollen uns diese stadt angucken weil da heute abend ein drogen deal stattfinden soll ich frage jetzt mal nach weil ich es immer noch nicht kapiert habe maku für naptun 1 bitte kommen also was wie jetzt genau gestaltet sich die lage wir gucken es sich statt an und sollen dann sobald wir da sind ein drogen deal verhindern oder wie war das kommen die armee kommt zu drogen eigentlich war es ein waffendeal wenn ich das richtig verstanden habe waffendeal also verstanden ich hoffe wieder ende alles klar also wir werden uns die stadt erst mal angucken und dann in zwei stunden den waffendeal ok also du hast gerade strecke gibt auch stoff das ist wie so ein alter sack mit hut sonntagsfahrer die wurde da ich hab panther air dabei aber keinen granat launcher gefunden wo die reinpasst ne ganz normale passte ja irgendwie ich hab auch die falsche werfe dabei auch scheiße er soll mal sagen wenn er bremst ja ich hab drei ausprobiert kein wolf auf dauersend im radio nach 2,4 klicks bis alfa absatzpunkt lima alfa romeo sierra sierra aber das tiefe air bei der geschwindigkeit so gut funktioniert ist schon ne wunde ja das stimmt allerdings er soll mal sagen wenn er bremst ne ha ha ist es gut bei dir gangholz von mir ist alles wichtig ich hab noch wartet nach shan ich hab nix gemerkt ich hab nu kurz auf die bremse gedrückt der links chef wer bremst verliert hier links ja ja Der hat sich wahrscheinlich schon wieder die Haare gerauft, ganz klar. Was macht ihr mit den schönen Autos? Nächster rechts vermute ich. Richtig und dann nehmen wir geradeaus. Ja, bis zum Punkt, ne? Ganz genau. Alter, diese ist hier die scheiß Karte. Gott, du bist immer noch auf Dauer senden. Jetzt links? Gar nicht auf der dritte Punktfrequenz. Also da rüber zu den anderen einfach. Da sind bei mir Berge eingezeichnet. Das ist ein Witz. Wo steht ein Vorderrad? Warte, ich tausche mal kurz aus. Raus! Zu den anderen aufschließen. Wir schließen zu ihnen auf. Der hat ein Ersatzrad dabei? Ja, check. Der hat ein Ersatzrad dabei, wir könnten es wechseln. Geht damit, ja das darfst du jetzt auch machen. Und dann das Auto bitte hier reinziehen, danke. Alles klar. Jetzt muss ich noch mal kurz auf. Ich habe das Auto eine Ersatzrad. Das ist natürlich auch mal kurz. Ich habe das Auto. Ich habe das Auto. Ich habe das Auto. Ich werde das Auto. Ich habe das Auto. Ich habe das Auto. Ich habe das Auto. Ich habe das Auto. Vielen Dank. Ich schicke jetzt ein Team, Neptun zu, schicke ich jetzt rein in die Stadt, die sollen sich das angucken, nicht dass sie da irgendwie jetzt auf die falschen Leute ballern, na, komm. Also verstanden, haben sowieso noch keine richtige Position. Ja, suchen sie nach eigenem Ermessen. Für euch beide Gangräufern, Herr Smartsch, noch das gleiche nochmal. Ich habe die Jungs reingeschickt, die sollen mal die Gegend ein bisschen auskundschaften, gucken, ob sie sich irgendwo als Team verschanzen können, damit wir ein Team in der Stadt haben und ein Team außerhalb der Stadt, damit wir wirklich alles im Blick haben bei diesem Waffen-Deal. Alles klar verstanden. Smartsch, wenn du dann den Reifen gewechselt hast, dann verlegen wir mal von hier, weil mitten auf dem offenen Feld rumstehen ist auch geil. Ja, das ist die wechselnd Position. Die Position, die wir jetzt haben, ist mit Bäumen im Dingens, wie sagt man. So verstanden. Markieren Sie neue Positionen dann bitte gegebenenfalls auf KT oder CTAP. So verstanden. Können Sie in diesem Verschanzungspunkt reichen? Komm. Marci, ich habe keine Ahnung, wo du hinfährst, aber du fährst gerade weg von uns. Zum AP Lima. Dachte ich, soll ich dich abholen. Ja, dann mach mal bitte deinen Tipp auf und guck mal, wo wir stehen. Okay, ich komme. Das ist gut, danke. Das Auto hat jetzt irgendwie einen leichten Linkstrahl. Ganz aus der Linkstrahl. Das Rad habe ich eigentlich ausgewechselt. Jungs, wir steigen auf, wir fahren mal zum Holding Point Zulu-O. Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr und sind vielleicht etwas geschützter. Nichts, wir fahren alle, Neptun-One verlegt zu HP Zulu-O. Links, rechts. Links. Rechts. 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 Hier ist wohl 390 Meter. Ein bisschen weiter nach rechts, sonst grahst du gleich in so einer畫 in Weiss rein. Ja, da vorbei an den Teilen. Ja, zieht halt nach links ist jetzt das Hole 1hz 2, 6, 5 Grad Wait, ich frage gleich nach, stand by Da kommen jetzt gleich 2, 3 Häuser nach den Bäumen, da warten wir Okay Das Fahrzeug hier unter in dem Wald Geh raus mit euch, wir sichern die Gebäude Okay Raku von der Ptun 1, bitte komm Raku, Frage, findet der Waffenliegen genau auf der Ptun 1? Nimm dir Raku von der Ptun 2 für den Ptun 1 komm Danke, H2E Negativ, Umkreis, 1 km, keine genauen Informationen Nicht genau auf der Markierung, keine genauen Informationen, Umkreis, ca. 1 km komm Bist du? Ja Können wir mal um das andere da vorne noch rumlaufen Sind wir weg, das sind ja immer noch 800 Meter, Alter, wie riesig ist denn diese verkackte Karte? Ja Mach, zieh mal das Auto nach Was ist los Gangolf? Wir steigen ein Wir steigen ein Wir steigen ein Hp Zulu 1 ist als nächstes, das sind 250 Meter südwestlich Okay Rappering geht's nicht, oder? Ja Dann bitte Fahrzeug wieder ein Blick dicht runterziehen Jo Fahre an alle, Neptune 1 verlegt zu Hp Zulu 1 und dann Jarras für alle, komm Höre dich Wir finden so gut, wie keine Position, von wo wir wirken könnten Mh Und was ist mit der Position, auf der ihr euch gerade befindet? Baumkronenweg Box Beue weg, Leute ja das tut mir sehr leid diese karte ist allgemein nicht gerade sehr sniper freundlich ihr könnt entweder das was weiter versuchen position suchen ihr könnt es weiter probieren wenn ihr meint ihr findet vielleicht was wir nicht überlegt mir was anderes für euch hier mal so meine ecke im innenhof das gebäude zu der kommst du nicht rein hier kommst du auch nicht rein frage ich warte auf den aufklärungsbericht von egel bornen gibt es da schon neuigkeiten von bringst du das fahrzeug nicht mehr oder was im gang bringst du das fahrzeug nicht oder ja es ist halt nur irgendwie zieht es nach links also also folgendes bereit mal bis jetzt hat vielleicht ein bisschen nepp tun zwei im blick die da in der stadt rumlaufen sobald die luft aufklärung steht werde ich die information bekommen aus welcher richtung sich ein konvoi nähert dann werdet ihr dorthin abgezogen um diesen konvoi aufzuklären bis jetzt habe ich allerdings keine informationen also keine ahnung vertreibt euch die zeit irgendwie kommen frage du hast schon verstanden dass wir nix sehen ja aber ihr könnt euch mit dem gelie zum beispiel super irgendwo an den baum flacken und uns dann bescheid geben wenn der konvoi sich nähert es ist es ist wir haben das ist das ist das ist das ist das ist Einer bleibt bitte an der Türe. Und du guckst in die Streit. S-Marsch? Ja? Zum Graben dabei? Ja. Jaa. Kannst du den mal geben? Und ziehen sie sich dann an einer in den geeigneten Positionen. Ja, warte mal. Ich müsste eigentlich was dabei haben, ja. Ach, Sniper's, was machen wir nur mit euch? Wir machen gerade Fotosession. Einer zum 1, komm. Dating. Negativ. Komm. Und mal kurz Autoproplay hast du noch geschickt? Ist das Auto oder sind meine Leute einfach so klingelt? Copy. So ihr Sniper, ihr habt vier Fahrzeuge in der Stadt, die da anscheinend gerade aus westlicher Richtung reingefahren sind. Aufklären oder bekämpfen liegt an euch, hauptsache ihr tut was. Willst du das Foto machen, wenn ihr euch nicht bezahlt? Die Musik geht mir so hart auf die Pist. Also, anscheinend haben die Jungs irgendwie vier Feindkontakte der Stadt, die sie nicht gesehen haben, obwohl sie die ganze Zeit in der Stadt rumgelaufen sind. Aber hey, who am I? Und da geht's schon los. Okay. Halten wir uns mal noch zurück, aber es gibt, weil ich sehe keinen Grund, warum wir da jetzt reinfahren sollen. Okay. Du bleibst das genau der Grund. Okay. Wir fahren rein. Check. Wir fahren rein. Wir fahren zur Position, Sniper Team. Durchhalten nach Tumcu, wir kommen nach. So verstanden. Fahrzeug nord-westlich dieses großen Gebäudes unterziehen, wir arbeiten uns dann die Straße vor. Okay. Unterziehen. Noch, Stückchen noch, gut. Raus mit euch. Zur Straße hingucken. March vor bis an die andere Ecke des Hauses. Rekater auf 12. Rekater auf 12. Räuch die Leiter hoch? Negativ. Wir müssen weiter die Straße. Jetzt kommt es ruf hin, der Primo 1 kommt. ecke ist sauber gar golf wir springen darüber auf drei jetzt da kannst du ich denke wir kriegen unter der abschwörung durch sehr gut bescheuert hinter die nach dir durchhalten wir sind auf dem weg stadt us-gap neptun 1 ohne rückmeldung letzter funkspruch war casualty red wir rücken gerade erst mit 1 in die stadt ein und versuchen die jungs zu retten kommen alles klar habe ich gekriegt nur noch karge ist am leben wir machen uns auf den weg das ist interessant gut ok weiter jungs wir müssen stopp ich muss meine karte einstellen wir müssen nach westen ist durch die bäume hintereinander gang auf geht voraus dann ich dann macht nicht springen schluss die westliche richtung sniper geht es euch eigentlich noch schluss die westlichen richtung schluss die westlichen richtung schluss die westlichen richtung schluss die hier drin Hitz, Hitz Bischuss, Südwestlich Südwestlich Nur Sichtlos Super Frage Unterdrückungsfeuer, Frage? Negativ, da sind noch irgendwo eigene Wartet mal, vielleicht können die Sniper helfen Klappt euch mal ein Ok Direkt nicht Ganghoff Ganghoff muss von Spider-Boot und Deadmine meinen Klapp sporten Ja toll, wie kriegen wir die Leute da jetzt raus, wir müssen die irgendwie in das Haus da reinziehen Das hat genau echt gar nichts Ist echt behindert Achtung 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 Kugel gefressen Kann mir unser lieber 12 nochmal Earplugs ins Inventar legen Ich hab die irgendwie nicht im Autoload drin Hab ich gesehen Bei euch Das ist zum Marsch folgt der Earplugs, wir sind weggeböckt Wow Wir haben noch Kontakte nordwestlich Ich muss ihn noch zunehmen Sniper, könnt ihr was machen? Wir versuchen es Gangolf down Ich krieg immer sofort einen One-Click, leck mich fest Boah, what? Wow, 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 wow Ich fang gleich an Nades zu schießen Ich bin vorhin, wir ziehen uns ein paar Meter zurück Ich lebe, ich lebe, ich lebe Du hast die Köpfe unten Oh, mein Schädel Gangolf, ich mach dich mal kurz Goddammit, boys, wir brauchen echt Unterstützung Gangolf ist genäht Alles klar, jetzt mit meiner Dessa Degel helfen Alter Jaros, ich flieg dich grad zusammen Alles gut, ich deck dich So wurde draufgeworfen? Ja Das ist so gar nicht gut Bin ich noch mal genug Schuss? Ja Ich habe 20 Magatzin eingepackt Hätte 20 Magatzin eingepackt Versuch's! Fünf vor der Füße fressen! Aua! Oh nein! In dem Haus! Ich lebe! Aus ins Haus, ins Haus, Matsch! Aua! Willst du dir eigentlich rein? Immer auf der Füße, Alter! Erste, da liegt Matsch! Fuck! Frag mich nicht, warum ich noch am Leben bin! Weiß es auch nicht! Keine Ahnung! Lass mich durch! Oh, dann läuft er da rum! Bin drin, bin drin, bin drin! Oh Gott, Hilfe! User left your channel! User left your channel! User left your channel! Wir stehen nur noch als Sonic quer zu verwenden! Das ist ganz cool! Ich konnt nichts mehr machen! Ich komm gleich! Ich komm gleich, Leute! Und dabei bin ich dann angefossen! Und ab dann weit um... Ja! Neptun 1, komm! Ähm... Können sie irgendwie ein Valleyback organisieren? Wir bräuchten dann zum Einkommen! Jetzt! Du bist ja mein Deck nach! Ja! Ich muss mich gerade selber zusammenflicken! Wir verarzt uns gegenseitig! Okay, dann... Dann mach du mich mal! Und dann... Mach ich dich! Ach, ähm... Ich kümmere dich über den Bus und meinen Kopf! Der Lass uns auch nicht quatschen! Wow! Ich weiß nicht, wie viel Buch ich noch hab! Ich will mir gerade mal ganz kurz den EP-Pen drücken! Äh... Kannst du mir das? Selber? Ich hab keinen mehr! Herr Halswatch, kümmere dich mal bitte um mich! Ich kann hier gerade nicht wirklich! Oh Gott! Ich nähe dich! Ich nähe dich noch schnell! Okay! Danke! Reicht schon! Okay! Aua! Irgendwie war dein Kaliber 50, glaub ich! Kannst du schauen? Ach so ein Dreck! Ey, du bist gleich ein Dreck! Du bekommst auch schon ein Volumenersatz bitte! Okay! Dann mach ich gleich! Ja, ist fertig! Du kommst mir einfach jetzt her! Jo! Finn! Du musst mich da dazu machen, sonst bin ich Sack! Ja, ich... ich seh jetzt! Ich muss... ich muss... Warte! Wenn du fertig bist, dann... Warte, wie geht's dir? Torso ist fertig! Jetzt den roten! Naja... Ich hab mir so viele Dreckeln! Letztendlich dachte ich, das wäre nur eine Waffenübergabe und kein... Ich sollte mir mal einen Tonleiser machen, nicht aufzureden! Adios! Ach scheiße! Warte! Warte! Ich hab Kage erschossen! Das ist schlecht! Ja? Alter, das gibt's doch nicht! Okay! Ja, das... Alle! Bittermarsch! Ja, das sind wir alle! Scheiß! Ja, zieht euch zu irgendeinem Abseits oder Holdingpoint zurück! Wir müssen gucken, dass wir hier rauskommen! Ich mach jetzt... Ich näh jetzt Kage erstmal zwischen! Sonst geht die ganze Scheiße wieder auf! Das ist egal! Es tut mir so leid, man! Wird ihr voll ins Gesicht geschossen! Ach Gott, Junge! Oh Gott! Er wollte doch nur helfen! Ich mach das rechte Bein geradezu! Kage, wie geht's unsere Luftaufklärung? Was macht ihr? Ja, nicht so gut! Die sind beschäftigt! Nein! Gott, Kage! Er hat alles überlebt! Die Schrecken des Krieges! Nur mich hat er nicht überlebt! Scheiße! Oh fuck! Ich kipp auch gleich wieder um, Marge! Ja, jetzt... Jetzt machen wir erstmal Kage fertig! Mensch... weiteres rein ins Haus! Hier! 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 Da ist der Futsch... Hier am Haus! Vorsicht, da sind Feinde! Vorsicht, da sind Feinde! das hört sich nicht so gut an ich wollte mich doch verarschen ja nein ok alles klar ich lebe warum auch immer ich stehe möchte ich mich ergeben wieder umgekippt ist Äh, okay. Okay, bitte, wenn ich nur ums Haus laufen. Glaubst du, du wirst es lieben? Ja, die anderen, die jetzt rein wollen, liegen wahrscheinlich auch draußen. Ja klar, die liegen draußen und liegen hier in Richtung Westen. Also, diese Kacktür. Alter. Ja, Raste, du bist gleich zu. Jetzt gebe ich dir nochmal Blut und Epi und ganz viele anderen leckeren Scheiß. Die KI wirft durch geschossene Fenster. Oh. Also, wenn du noch eine Sicherung brauchst, ich brauch die. Yaras hat einen Blutdruck von 9 zu 6. Ich kriege den Pantagen auf deinem Rucksack, ja, und ich mach's ja entlassen, ich mach's mir ziemlich gut hier. Jo. Ach komm schon, Granate. Tot. Oh, fuck. Fuck. ich bin gleich wieder weg ich mache jahres dann versuche ich mich mal erst mal mich zu kommen jeder nur ja jetzt ja ja Ja, Sarah, komm rein! Nein, 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 nein! Lauf! Echt? Bin ich hier drin sicher? Ist es hier drin richtig? Ja. Bin ich... Oh mein Gott! Okay, der ist down, kann ich ritten. Alles klar, ich bin wieder da. Weiß nicht wie lange. Wunderbar. Ich hab dich gerade fit gemacht. Bei Kage, keine Ahnung, da müsste irgendwer HLW machen. Wo ist denn Kage? Am Fenster, am Fenster, am Fenster liegt er. Echt? Ja, am Fenster der. Der hat Epi, der hat 4 Liter Blut. Oh Gott, ey, ja. Legt euch alle auf einen Haufen, mein ich auch. Oh Gott. Ist Jahres wieder weg? Ja, nee, Ganghoff war eben wieder da. User joined your channel. Scheiße, scheiße. Ach, hier ist Kage, ich hab Kage gefunden. Aber ich muss mich gerade mal ganz schnell selbst verarzt. Ich beeil mich auch. Beeil mich, Hage, ich schwör's dir. Das ist ja wahr, das ist nicht dermaßen falsch. Äh, äh, hier, warte, warte, Kaspar. Jara ist HLW. Das ist eine kurze Pumpe. Jara ist, du machst bei Gang, bei Ganghoff, äh, bei, bei, ah, er ist wieder da, wunderbar. Jara ist, äh, alle, Sprott. Mayday, Mayday, Mayday. Komm, auf geht's, Kage, lauf, auf, auf. Sieht so falsch. Auf so viel Nächste. Lass dich doch einfach in die Geruhe. Innern im Haus. Äh, sieht so falsch aus. Hört mich noch jemand? Nein, das ist aber falsch. Sie tun ja nichts. Gott, Gott, Gott. Eieiei. Dass das so eine Arbeit ausartet, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Äh, was hat dir das irgendwie gegeben? Zwei, äh, also ich hab, äh, Jahreszwei EPs gegeben. User left your channel. Äh, bei der, bei der. User joined your channel. Kage! Ich denke, ich hab's gehört. Äh, total aufgeregt, so wie auch das, äh, Führungs-SQL, äh, äh, SQL. Äh, Gangolf, 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 Gangolf. Kannst du mal ganz nützlich versuchen, den Helikopter zu erreichen? Äh, nein, ich mal ganz nützlich weg weg von Yaras. Mit Ahne oder ohne? Äh, Kage ist tot. Oh, super. Ist er, äh, ist die Waffe gerade aus der Hand raus? Äh, Kucksack, hallo? Ich hab Kage vier Liter Blut reingepumpt. Weißt du was? Ich drück, ich drück Kage gleich noch in E, da kannst du nochmal halb W machen. Kasper versammt sich hohe Einheiten in der Umgehung, komm. Ja, äh, folgendes Problem, wir sind jetzt komplett aufgegeben worden und, äh, ja. Wir bräuchten mal vielleicht Hilfe beim Fliehen. Ist Yaras tot? Nein. Ist überhaupt Yaras tot? Äh, versuch ich bei Yaras irgendwas... Markiere auf, äh, Z-Tap. Bei Yaras bräuchte ich, glaub, einfach nur halb W. Äh, ja, warte, ich hab ein D-Ti dabei. Ah, sehr schön. Wurde gerade per Blitz-Export wieder eingereist. Ihr konntet eine Leiche plündern, äh, wenn ihr was braucht. Ja, wie geht denn das? Ja, mir so ein Haus. Kuck mal bitte weg von Yaras. Ne. Jetzt. Fock. Schmeißen, du brauchst zwar keine Ahnung. Ja, jetzt ist er mir ausgeblutet, das ist doch ein Witz. Ich höre eine Granate. Bitte nicht. Ah, es war ein Smog. Ja, da kommen Leute rein. Rale Cargo? Ja? Kannst du mir gefallen? Du kannst mich erstmal zunähen. Ja, warte, ich muss mich zu. Ho, ho, ho. Irgendwann haben wir jetzt sucht und unterstützt. Ja, wow. Du bist genäht. Ja. Danke. Sag, du willst du? Jetzt kannst du Gang-Off-Norma mit dem Defi schocken. Äh, ich... Ja, kümmer du mich in Yaras. Zielt der Paku? Äh. Zielt der Paku, äh, Marker. Zielt. 8 zu 8. Hopp. Da sind wir gerade drin. Kein Puls. Zielt. Äh, ich glaube, ich habe kein Blut mehr dabei. Gar nichts mehr. Was war dein letztes Mal? Ich habe leider nicht die nötige Info, wo wer ist jetzt momentan. Ich bin last. Ah. Ich kriege ihn nicht stabilisiert. Äh. Wieso kann ich? Ich weiß, dass der da zukommt. Machst du mal die manuelle, aber... Ich hätte schon die weg. Auf fucking hell, beschützt uns. Das ist Burt. Zielt, Marker, 8 zu 0 ab. Ich bin direkt. Ah. Oh nein. Wir müssen aus dem Haus raus. Alter, wollt ihr mich hier verarschen? Mach schon. Geht nicht hin. Geht nicht hin. Oh nein. Ah, geht zu kurz. Was haltet ihr von der Taktik, der sich verkannt? Erstmal würde ich die Leute hier wieder fit machen. Wir brauchen ein anderes Haus. Ist uns was kaputt? Oh nein. Oh nein. Wir brauchen definitiv ein anderes Haus. Oh, fuck. Ich bin gerade. Oh Gott. Ich hasse euch. Okay. Alles klar. Ich bin wieder am Leben, wir sind alle aufgeregt, es lebt eigentlich so gar keiner mehr. Kage kannst du dich dann mal um mich kümmern? Ja, wenn der da draußen ist. Ja, dir auch. Kaspar down. Kai Triss down. Mein Gott Kai Triss ist down. Wenn Kai Triss down ist, macht das alles keinen Sinn mehr. Konzentriert sie sich. Wir müssen ein anderes Haus finden. Warte, gib uns keine Deckung her. Ja, wir müssen... Ich muss behandelt werden, ich werd grau. Jaaa. Ich hab schon die Köpfe waren, richtig. Zum Zicken hat die Musik. Ich hab keinen aus dem Typ aus, der mich beschießt. Total. Sonne Smog, alles gut. Er noch einen Kopfschuss bekommt, ich werde gescheuert, ey. Alter Kage, es tut mir so leid, Mann. Alles gut. Alles gut. Achtung, ich höre Kontakte. Ja, ja. Wir sind die ganzen Tag-Kontakte. Wir sind die ganzen Tag-Kontakte. Dick. Achtung, der läuft ums Haus. Der gewirrschrecklich hier rauskommt. Nein, um. Das Haus musst du erstmal besorgen. Fick diiiich. Reload. Mach dir die Musik die ganze Zeit. Warte. Ich steck genau vor'm Fenster, ich hab keine Money mehr. Noch GAGA. Danke. Prozent auch leck mich doch die dumme Fotze Junge Junge ich komm voll ah, Gönnen, Gönnen die Dicken Geh denn jetzt hin ah, sag die Katze, dass ich er kann Gönnen, Gönnen, Gönnen ja ja wir kommen hier keinen Meter raus Morgenschein, wann gibst du eigentlich wieder? Hallo das ist der Status Rood ich seh du wo dabei ist Wir müssen nach Nord-Osten, negativ, landzone too hot, landzone too fucking hot. Nach Nord-Osten, alle die können. Okay. Alles gehts bei dir, wen kann ich hier noch mitnehmen, wer lebt noch? Männer, rief aus die Dörre. Ja, hört. Sehen Sie die Markierung Post-Sniper-Team? Sehen Sie die Markierung Post-Sniper-Team? Jungs, wir müssen an die Ostseite dieses Fabrik-Compounds. Dort können wir vielleicht eine Chance haben, hier rauszukommen. Sorry, Audio-Kontakt. Erstmal die Fabrik rein. Ich bin hier vollkommen aus, Ralfe. Schon wieder erwischt. Auch mal wieder da. Eine Welt besteht aus Rau und Schmerz. Ich bin in der Minus-Barrik-Compounds. Sag mir bitte, dass K gelebt. Ich habe keine Muni mehr. Hat alle von euch noch eine Munition für das K? Jaras Treppenhaus, der Industriebereich... So, endlich. Was ist da? Wolf ist umgegriffen. Tage, kannst du mich mal nähen? Ich fliege dich auch zusammen. Sie müssen mit Gangol fliegen. Ja, alles gut. Hey, Jens, komm her. Ich bin da. Ich nähe dich, du machst mich heute. Ja. Ich stehe, T cr ghost. Gut, du! Ich que integrationро! Es ist egal, auch zeige ich dir, auch das ist gemacht. Ich bin schwarz... Ich bin schwarz. Neh mich mit dir! In 2oic, aber es geht sich breit. Das musst du auch mentors deswegen nicht. Das ist ein Pult zu 98, zu 65, dann kommt es zu 500er. Salami, wo ist Ganggolf? Bei mir auf dem Glück. Salami. Zuganggolf. Nicht wegrennen, Kage. Ich stand nach Westen jetzt. 200 Meter nach Westen. Halt das Hau, ich hab hier. Jungs, raus mit euch. 200 Meter nach Westen. Los. Halt nicht so weit. Ich verbinde Kage gerade. Fack auf, ich bin froh, ich bin mit meinem Leben. Ich nehm mich dann ab und gleich zu und dann geht's. Ja, okay, ich mach das Träuniker noch ab. Nähe. Anton, Jungs, wer ist denn? Da steht er hinten. Rechts, 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 rechts. Ihr seid falsch. Ihr müsst auf die rechte Seite. Rechte Seite der Baracken. Ihr lauft links. Ihr müsst rechts. Los, hier sind zwei Heli. Bis fertig. Geh, geh, geh. Bis fertig. Geh. Wir kommen. Es gibt zwei Helis. Der eine steht noch auf der linken Seite jetzt. Der Heli, der rechte Seite, ist rausgeflogen. Es ist der Heli, nördlich des Industriegeländes. Nevermind, da ist er. Hab ihn. Achtung, Kontakt westlich von euch. Kommt um das Haus rum. Kommt von links ums Haus rum. Kommt ums Haus rum. Ja, jetzt kommt. Ja, Gott. Jungs, was war denn hier? Heißt, da kommt die Hörer aus. Fehlt noch jemand? Ja, lass dich mal einsteigen, wenn du du wärst. Direkt von vorne kommt er. Direkt beim Auto. Beim Auto. Scheiße, wenn die Kugeln sicher sind, ne? Das ist praktisch. Sind alle drinne? Nein, die wollen doch herumstehen. Bin drin. Sind jetzt alle drinne? Ja. Ab, los, los, los. Los, 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 los. Hey, Tobi, wie geht's dir? Ja, ich bin ganz gut. Ich kümmere euch auf die Leute, die bewusstlos sind. Ich bin schon dabei, schon dabei. Irgendjemand muss den Scheißsaal sein lesen. Wer ist hier noch um... Kage, um Kage kümmere ich mich. Alles klar, wenn du mich morgenstern. Den mag ich zwar nicht, aber was soll man machen? Sind wir alle da? Ich denke schon. Ja. Aber jetzt habe ich keine Ahnung, wo Kaitris ist. Hallo, Kage. Hi. Ist die tot? Ja. Mal wieder. Aber wenn keiner sich überleben, macht alles keinen Sinn mehr. Ich habe keine Ahnung, wie der Puls durch. Jesus! Du! Da hättest du! Das hat sich nicht gesund angehört. Aber, äh, bei mir hat's gerade was gelegt. Kann jemand CPI bei Morgi machen? Mit CPI. Hab, ab, 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 ab. Was? Ja, das ist ja, aber es fehlt noch eine Person. Ich kipp den Defi, warte. Nein, der ist doch nicht zu. Pilot! Nein, dann mach den Zug. Welche Probleme haben wir am Motor? Entschuldigung, das sieht irgendwie gar nicht ein bisschen durchlechert aus. Jemand, Heil, weh bei Morgi. Hey, die, hey, der ist ein Treibstoff. Lars, pass auf, der Treibstoff. Ja, ich stehe. Der Medik ist drin. Gran. Ich hätte das Auto nehmen sollen. Lars, der Treibstoff. Was, wer, kann ich jemanden zunähen? Ich nähe. Lars, das recht nicht. Ja, wer, wen soll ich zunähen? Ich hätte das Auto nehmen sollen. 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 Also! Erstmal, man light. Mama, uuuhuuuuhhhhhh. Nein, du kannst es nicht sehen. Haha. Und du darfst dich niemanden schlafen. Oder Gott, ich muss jetzt auch Mut reden sollen. Und diskst. Erstmal wird Ehre, mit euch dienen zu dürfen. Du darfst dich nicht. Ja und Yarris ist unmächtig. Ein bisschen war gut. Haben keinen Trankstoff mehr, nehmen die Verletzte. Äh, ja. Ja, Rass, wie geht's dir? Ich fliege nie wieder mit Mortell Airline. Das ist nicht meine Schuld. Alles ist deine Schuld, du bist geflogen. Ja, dann zurück in den Heli, wenn er aus wundersame Weise ganz ist. Also, ob das Auto nehmen soll. Ich hab jetzt überall kleine Risse. Weiter, fliegen. Ja. Wenn mich jemand verbindet. Oh Gott. Echt jetzt? GG, Alter. GG. Ja, wow. Alles klar. Boah, ich weiß, die ganze Mission ist fast nur am Verbinden. Alter, was war das? User left your channel, user join your channel. Hi. Ja, also von dir aus, Gangoff, wir konnten dich nicht einladen. Es tut uns leid. Hey, ich lade, ich war der Einzelne nochmal zurück von uns. Hi, weh, weh.